Musik Ich grüße euch alle hier im Saal zum 31. Mal im Dorfgemeinschaftshaus zur Faschingschau. Dreimal Gilfershausen! Und ich flieg, 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 wie ein Flieger, wie ein Flieger, wie ein Flieger und so groß, 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 groß. Also, ich geh ran an die Mücke. Noch nicht? Ja. Noch nicht? Ja. Noch ein Stern. Aber wenn du es mal dreht, du das Gesicht weg. Ich wollte ja, dass die Mücke einen Schreck kriegt. Musik Komm ich dieser Tage nach Hause? Ja. Sagt er, ich glaube, meine Frau betrügt mich mit einem Tennislehrer. Sagt er, ich habe einen Tennisschläger unter dem Bett gefunden. Och, sagt der Zweite, meine Frau, die betrügt mich mit einem Golftrainer. Ich habe einen Golfschläger unter dem Bett gefunden. Och, sagt der Dritte, der ist doch noch gar nichts. Ich habe einen Jockey unter dem Bett gefunden. Ich glaube, meine Frau betrügt mich mit einem Pferd. Nun, das wahre Märchen vom Rotkäppchen und dem Bock. Großmutter hat angerufen, sie will heute Abend den Tresor der Waldbank knöcken. Bringt ihr diese Flasche. Das ist Sprengstoff. Und wer noch haschisch für irgendeine Wiese, diese, 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 in diesem Bett, in diesem Körschchen? Ich habe einen Körschchen. Oh, ich habe vorweil geschossen. Ich bin im Leben. Ich bin im Mann. Ich habe einen Schuss. Na, ich muss auch sagen, gestern hatte ich einen Unfall bei mir auf dem Hof. Ich hatte vier Touristen auf dem Hof. Japaner, die mit dem Fotoapparat. Und nach einer halben Stunde waren sie alle tot bei Milchtränke. Die Kuh hat sich gesetzt. Ich habe die Schüsse, ich stehe die Würste. Ich bin der Rochst im Schnee am Grill. Heya, heyau! Heya, heyau! Super! Ich hab jetzt neulich meinen besten Freund mit meiner Frau im Bett erwischt. Ja, da warst du doch sicher stinksauer, oder? Na ja, eigentlich nicht. Ich hab nur den Kopf geschüttelt und hab zu ihm gesagt, ich verstehe dich nicht. Ich muss ja ab und zu machen, aber du machst das freiwillig. Bring ihn hoch, Joanna, bring ihn hoch, Joanna, bring ihn hoch, Joanna, vor der Morgen kommt. Das ist Hörter. Hörter, eins kann ich dir sagen. In der Hölle sind wir mitgelandet. Wieso? Der Vorsitz ist der Vorrat Dück. Der Dück und der Rochstgruß in einem Saal. Der Volker spielt an der Kamera. Und dann krieg ich hier irgend mit der Pappnase auf, bis der Nückel was raus mit dem Fraschi gelandet. Jo, wir schaffen was! Auf, arbeiten! Auf, arbeiten! Wir schaffen was! Geh in den Versausten! Jo, wir schaffen was! Wir wollen unsere Rochstgruß hinzu! Wir wollen unsere Rochstgruß! Wir wollen unsere Rochstgruß! Wir wollen unsere Rochstgruß hinzu! Untertitelung des ZDF, 2020